Okay, wo muss ich denn hier hin? Ich muss zu... hin. Ach, nicht schon wieder. Aber eigentlich ist es nicht schlecht, weil es kommen Samen raus. Ja, aber es ist halt trotzdem nervig, ne? Kartoffel, Weizen. Es ist trotzdem nervig. Gut, wenn du abbaust, sind... Das ist halt dumm. Also, du baust das ab und die Samen sind weg. Du musst wirklich immer wieder neu pflanzen. Ja. Ja. Das strange. Ja, wie kriegst du das Problem gelöst? Was ist der Leif? Hold on, I'm gonna... Real D is weird! Was ist der Leif? 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 rechts an diesen wagen ran treten und dann kommst du in die hülle wo auch nämlich kohle ja ich weiß ich auch irgendwie kommen erst dann nicht wirklich kohle raus ich habe dann rassi kriege funden dann ist jetzt nur stein Und ich hab, was ist das hier? Sapphire, aha. Irgendjemand brauchst du doch auch einen Sapphire, nur. Oh, gut. Also das ist echt nur Stein, oder? Was ist das? Oh, damit könnte das ja Kohle sein. Was ist hier drin? Kohl! Okay. Oder? Ich weiß immer noch nicht, wo Lucy ist. Das ist irgendwie ein bisschen komisch, weil sie ist genau hier oben. Aber irgendwie find ich sie nicht. Ah, das ist ganz komisch. Lucy, ja. Sie steht auf dem Festplatz. Ah, okay. Oh, das ist mit Ruhe. Und das ist kopfwert. Okay, ich hab nen Schatz gefunden, Schätzi. Ähm, wir haben jetzt 1655 Gold. Oh, realidade. Ähm, wir haben nicht gut, Schatz. Oh, nice. Rusty Key. Achtung, hier nicht ins Wasser fallen. Das Wasser hier ist Toxic. In der zweiten Ebene. Ach, da bist du noch gar nicht. Muss aber bald sein. Die ist freigeschaltet. Ach, die zweite Ebene. Ich habe auch einen Schlüssel gerade gefunden dafür. Aber ich konnte die zweite Insta ausführen, weil du dran warst. Naja, es kann sein. So, dann... It's rustig hier. Dritte, let's go! So, hier. Oh, Origins of Sun Heaven and Elia's book. Okay. Ich habe Money gefunden. Okay. So, ich weiß, was ich hier. Ich habe Money gefunden. So, hier ist der Team. Ich bin jetzt bereit. So, da ist meine ... Ich bin jetzt... ung... So, ich bin jetzt... Ich bin jetzt... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Kohle zu finden ist halt superschwer Ja Ja gut, ist halt ein random drop, ne? Oh, ich hab den Schlüssel wieder gehofft, nice Ja, ist halt ein random drop, ne? Aber ich hab schon, warte, kann ich da gleich sagen 13 Kohle auch Auch 15 2 Quests, 1 habe ich gerade fertig, jetzt brauche ich noch welche Aber du musst zu ihr, die gibt dir dann die Quest, dass du irgendein Level 15 erreichen sollst Okay Bye 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier kannst du echt viel abgasen Ich habe auch schon wieder die nächsten Schlüssel gefunden Wenn du die Ton-Taple findest, die musst du dann einfach zerschlagen Ebene 5 Okay, hier ist Lava Wie soll ich denn da drüber kommen? So Ich da drüber hüpfen Aha Oh, hier sind Feuerkristalle Nice Sehr, sehr nice Auch irgendein bisschen risky, weil du musst halt hier überspringen Schon irgendwie cool gemacht Wir sind zurück Oh ja, stimmt Ich brauche hier nur noch fix das Kupfer ab und dann komme ich zurück Ich brauche hier nur noch fix das Kupfer ab und dann komme ich zurück Ich brauche hier nur noch fix das Kupfer ab und dann komme ich zurück Ah, wenn du Schlüssel findest, lösen sie sich auf Ausgehst Ah, okay Ich habe tatsächlich nur nicht ganz so viele gefunden Ich brauche hier nur noch fix das Kupfer ab und dann komme ich zurück Oh Mann, noch eine Nacht mit diesem komischen Vieh da oben. Ja, aber es ist halt auch schon hartnervig. Sorry.